Hallo zusammen, ich darf euch einladen zu unserem nächsten Wine Private Webinar. Eine richtig große Geschichte mit Alexander Stonnen. Wir probieren einen 2017er Spätburgunder JS, den ihr zugeschickt bekommt, zusammen im Netz. Vollkommen richtig. Und ihr bekommt vorweg den Wein zugeschickt. Wir schicken euch Unterlagen über das Ahrtal und den Wein als solches. Und ein Recording erwartet euch nach dem Webinar. Anmelden könnt ihr euch bei ivi-sommelier.de oder bei uns. Zum Wohle, bis bald!